Musik 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 So Da bin ich auch schon wieder zurück Eben noch dem frisches Alles Gute Für die Nacht gewünscht Nun können wir weitermachen Denn unsere gute Philippa wartet dahinten schon Gute Nacht Kann ich den Ventilator anmachen, um dass der Teller wegfliegt? Ich glaube Träumen was schönes frisches Einfach großartig Sieh dir das an Gehen wir Und jetzt? Lässt du dir neue Augen wachsen wie Wilgeforts? Ich weiß noch Als ich ihn umbrachte Da waren sie noch nicht ausgewachsen Sahen ekelhaft aus, aber... Diesen Perversling erwähnst du wohl rein zufällig? Klar Ich habe auch von einem reichen blinden Zwerg aus Mahakam gehört Der hatte zwei riesige Rubine in den Augen Natürlich hat er damit nichts gesehen, aber angeblich sah es sehr geschmackvoll aus Das ist aber traurig Ich wollte mich gerade mit ihr anfreunden Oh Sie wurde von Ertrunkenen geschützt Mann sind das viele Hoffentlich willst du hier nicht im Aas rumfingern Wir haben hier schließlich was vor Ich? Ne, niemals Also wie kommen wir da? Die Treppe! Ich repariere sie! Tun Sie dies Und in drei Jahren sind wir damit durch Fertig Oh Nicht Das ist schwer für Ciri, glaube ich Manchmal frage ich mich, ob ihr drei wisst, wie das wirkt Triss spielt Ciri's große Schwester Wartet aber gierig auf eine Chance mit dir ins Bett zu hüpfen Du und Yennefer spielt die Eltern Genau Wenn du es also auf einem Fünfer abgesehen hast Da ist eindeutig kein Platz mehr Jeder Blinde kämpft besser Wahrscheinlich Toll Bis auf dem letzten Schlag Das hat eigentlich super funktioniert Warum müssen diese Elfenruinen immer so verworren sein? Und jetzt? Muss ich denn alles für dich machen? Siehst du den Wächter, der auf Bezahlung zu warten scheint? Hab gerade kein Kleingeld Er will Blut, keine Münzen Das ist Fjallan aus der Elfenlegende Liest du eigentlich gar nichts? Ab und an mal Das ist Fjallan aus der Elfenlegende Das ist Fjallan aus der Elfenlegende Das ist Fjallan aus der Elfenlegende Der Kaiser muss Yennefer ja unwiderstehlich finden Ihn dazu zu kriegen, dass er die Sicherheit der Loge garantiert? Was hältst du davon? Was ich davon halte? Das ist offensichtlich eine Suggestivfrage Kein Geralt? Ich bin müde Nein Du solltest mit Yennefer reden Da ist eindeutig was nicht geklärt zwischen euch Danke, danke Kaya Ja Fjallanien hat ein Angebot, wie ich höre Da würde ich eher meinen Kopf ins stachlige Maul eines Zeugels stecken Danke, aber ich habe andere Pläne Du wirst mit dem Kaiser arbeiten, findest du das nicht spannend? Nein Ich meine, doch, natürlich Bisher hat die Loge sich oft auf schwache Herrscher verlassen Das war unser größter Fehler Dich beeindruckt also, wie er mir seine Magier an der kurzen Leine hält? Wie klug von Yennefer, dich aus der Politik rauszuhalten Du würdest wohl nicht mal merken, woher der Wind weht, wenn du frontal reinpissen würdest Diese Abmachung mit Anne hier Sie ist Sache der Zauberin Frag wen anders aus Sie hat dir also nichts gesagt Was ist mit persönlichen Plänen? Hat sie irgendwas erwähnt? Eine mögliche Beraterposition? Neben einer jungen, vielversprechenden Kaiserin? Bleib von Ciri weg Sie ist erwachsen, Geralt Das vergisst du ständig Sie kann selbst entscheiden Also dann Weiter Ja, du redest Nicht ich Meinst du nicht, du solltest langsam aufhören, dich in Ciri's Leben einzumischen? Ich mach doch gar nichts Aber dir ist schon klar, dass wir nicht irgendein Wolfsrudel sind, dass du ihr mit dem Schwert vom Hals halten kannst? Und ob ihr das seid Und natürlich kann ich das, wenn's sein muss Warte, hier ist etwas Fühlst du es? Nein Mein Medaillon Lächerlicher Schnickschnack Lass ich nicht lache Die Einstimmung auf Elfenmagie ist etwas schwieriger Als ein übel riechendes Monster zu erschnüffeln Sieh her Diese Zicke Luma Dann ist der Sonnenstein hier Steh nicht rum und guck doof Versuch lieber die Spiegel zu bewegen Was? Wie soll ich dann... Was? Das geht nur in die Hose In sowas bin ich ja ganz schlecht Aber die Musik ist cool Aber die Musik ist cool Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das hier so hinkriege, wie es macht schon so Also in sämtlichen Spielen, wo sowas gemacht werden muss Finde ich mies Hallo, Herr Geist Warum ist mein Inventar schon wieder voll? Warum ist mein Inventar eigentlich immer voll? Oh Oh Das war hier nicht. Nein. Nein. Hm, quasi nicht. Mach ich das hier richtig? So, hier muss ich erstmal mit weitem Weg drum herumlaufen, oder wie? Meilen und weilen, weilen weit drumherum. Geralt. Das ist noch so ein schöner Geist. Klappe. Oh, eine Kiste. Ah. Da. Oh Gott. Aber kurz genießt. Hey. Hey. Oh, wie kommen wir da jetzt hoch? Hier lang? Ja. Endlich. Her damit. Und dann nichts wie weg hier. Nicht so schnell. Wir müssen noch was besprechen. Lass mich raten. Du musst weg. Jetzt wirst du mir erzählen, warum du den Sonnenstein viel dringender brauchst als wir. Und dann verwandelst du dich in eine Eule und zisch. Keine Ahnung, wo du diese lächerlichen Ideen hernimmst. Ceres Sicherheit ist mir jetzt am wichtigsten. Aber ich will mit dir über die Zukunft reden. Meine Zukunft. Nilfgaard wird dir gefallen. Zweifellos. Ich empfehle die frische Gebirgsluft von Nazair. Und Yennefer meint, du hättest keinen Sinn für Humor. Jetzt hör gut zu. Sobald wir die Jagd besiegt haben und Ciri in Sicherheit ist, wird Yennefers kometenhafter Aufstieg am kaiserlichen Hof ein jähes Ende finden. Was mir wunderbar in den Kram passt. Ich bin an einer Wiederbelebung der Loge nicht interessiert, wenn ich nicht die entscheidende Stimme habe. Und das erzählst du mir, weil? Wenn ich irgendwas weiß, dann, dass du mit Ciri aus der Hintertür schlüpfen und in die Wildnis verschwinden willst, sobald wir die wilde Jagd besiegt haben. Stimmt's? Deswegen mag ich diese ganzen Weiber da überhaupt nicht. Sehr romantisch. Aber vielleicht solltest du nicht dem Mädchen das Leben zerstören, sondern Yennefer mitnehmen und gehen. Triss könnte was dagegen haben. Danke. Danke. Ich denke sie aber nicht ab. Noch mehr weise Worte oder können wir gehen? Du kannst gehen. Ich weiß, dass du zu tun hast. Ich werde schon allein zurückfinden. Alter! Wie wir es gesagt haben. Ich hasse Zauberinnen. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich der Ausgang ist, aber wir gehen einfach mal. Noch mehr Geister. Noch mehr Geister. Nach Geist. Ich frag mich, warum es hier so viele Treppen gibt. Ich weiß nicht, warum es hier so viele Treppen gibt. Wehe, wir sind nicht richtig. Dann freie ich. So. Genau, greift doch selber an. Nicht schreien. Warum denn nicht? Okay, hier ist noch eine Truhe. Wie können wir denn doch schreien? Jetzt kannst du ihn mal entscheiden. Soll ich nicht schreien, dann soll ich schreien. Was ich denn nun mache? Weiß es doch nicht. Ja doch, doch mache ich. Hat Gerard ja gerade die Steine weggebrochen oder was? Wie das? Also nicht mit den Händen. Oh. Überladen. Wir können hiervon aber auch mal so gar nichts gebrauchen. So. Dann wird zumindest wieder ein bisschen Platz. Mensch klar, ja. Aber deine Blähungen sind heute aber echt schlimm, ne? Ja. Ja. Ich glaube, da kommen wir nicht hoch. Doch. Doch, komme ich. Was soll denn hier oben sein? Also unten unter uns. Wie viel Schnee, ja. Sehr viel Schnee. Aber cool, dass ich es mal hier hoch geschafft habe. Ja. Ja, woher die eigentlich die ganze Zeit schon mal hin? Ich glaube, wir haben es noch nie geschafft. Ich glaube, so viel Schnee habe ich das letzte Mal im ersten Teil gesehen. Jetzt hast du es geschafft. Jetzt hast du es geschafft. Stimmt. Endlich. Das Problem wird nur, wir kommen hier dann wieder runter. Oder? Weil ich glaube, dieser Weg, den ich gerade gehe, ist eigentlich nicht vorgesehen. Das wird lustig mit dem runterkommen. Oh, warum? Hä? Warum will ich denn hier die Taskleiste? Nein! Okay. Okay. Das ist einfach mal so überspringen, sofern keine Franken zu halten. Das ist überlieb. Ich glaube, dass ich das mal nicht vorgekommen bin. Das ist nicht so dass da. Jetzt geht auf deine Verantwortung. Ah! Oh, hoppala. Aber siehst du gut aus. Ja, sowas darfst du mir nicht sagen. Natürlich mache ich das wirklich. Nein! Ui. Aber ich weiß tatsächlich nicht, wie wir hier wieder runterkommen sollen. Wie gesagt, ich glaube, dieser Weg hier ist auch nicht vorgesehen, dass man hier überhaupt hinkommen darf. Oh. Hm. Es hat gut angefangen. Es hat gut angefangen. In dem ersten Moment. Es hat gut angefangen. Ich will das Salat. Einen leckeren Salat. Nein, 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 nein. Nein, nein. Das wollte ich diesmal nicht mit Absicht. Das wollte ich diesmal wirklich nicht. Okay. Das ist zu weit weg. Und dann sehe ich genauso, Kaya. Und dann sehe ich genauso. Nein! Klaras Kanana! Das überlebt er, ne? Das ist doch unglaublich! Unglaublich und unfair! Das hätte ich auch von der Höhle auch weitergehen können! Ich dachte, ich kürze mal ab! Der Mensch braucht seine Sorgen, so wie das Schiff seinen Ballast braucht, um gerade und gleiche Musik zu machen! Ich hab gehört, dass gestern statt der Fische die Milchgarne angegriffen haben! Das ist ein Zeichen, aber Lauf ist nicht gut! Ne! Okay, na komm, gehen wir den trocken so kurz! Naja, Sorgen braucht man eigentlich nicht! Ja stimmt! Wir haben den Sonnenstein gefunden! Gealpans Geschenk der weißen Flotte an Delian! Der Legende nach hat sie den Stein nie eingesetzt! Und Gealpan starb vor Kummer! So lange lassen wir Eredin nicht warten! Ich glaube, wir sind so weit! Denk dran! Wenn wir dies tun, gibt es kein Zurück mehr! Ah, okay! Ich glaube, das ist jetzt wirklich dann das Ende, ne? Wenn wir das machen, gibt es kein Zurück mehr! Ich kenn diesen Satz! Echt? Ja, ich kenn das Spiel nicht, aber ich mein, alles erledigt, wenn du bereit bist, können wir! Wenn wir das machen, gibt es kein Zurück mehr! Solche Sätze zeigen doch das Ende, oder nicht? Die deuten doch für gewöhnlich immer das Ende an! Also gut, wir haben danach noch die DLCs, aber... Vom Hauptspiel her wäre das dann, glaube ich, das Ende! Ich bin bereit! Höchste Zeit, dass wir Segel setzen! Und Vic wartet! Na dann los! Vorbereitung für die Schlacht! Ja, dann wuppen wir das Spiel doch heute mal, ne? Ja! Ihr postiert euch auf den Clip! Hier, hier und... Danke! Ich glaube, wir wissen, wie man einen Kreis bildet! Sogar die, die gerade keine Augen haben! Ich will nur vermeiden... Oh! Geralt! Auf dich haben wir gewartet! Dann plötzen wir mal los, ja! Wirklich? Ich will den Plan erläutern! Er ist einfach! Aber nicht unbedingt einfach umzusetzen! Ich aktiviere den Sonnenstein! Wenn Karanti auf den Ruf reagiert, müsste die Nagelfahr kurz darauf in der Bucht erscheinen! Die Loge muss verhindern, dass das Schiff in die Welt der NL zurückkehrt, während die kaiserliche Flotte den Fluchtweg zur See abschneidet! Und dann muss das 7. Imlak Infanterie-Regiment unter Herzog Vah Atres entern! Mit deiner Hilfe! Was ist mit dir? Wo wirst du sein? Ich warte als Reserve! Wenn etwas schief geht, greife ich ein! Natürlich tust du das! Der General, der seine Truppen vom Hügel aus kommandiert! Tutest du ins Horn oder schickst du uns Boten? Welch feine Ironie! Doch womit habe ich sie verdient? Hast du Grund an meinen Absichten zu zweifeln? Meine Damen und Herren, bitte weniger Worte und mehr Taten! Schwestern, wir müssen auf die Klippen steigen! Viel Glück! Glück! Hm! Schön! Ich glaub! Ich glaub! Wir müssen abstehen! Dankeschön! Guck! gedacht aber das lasse ich nicht zu viel zu gefährlich du hast nicht das recht sie herum zu kommandieren amüsant sie real hat das gleiche gesagt nur viel lauter wer mag denn ich doch ich habe dieses recht nur ich weiß wie man den sonnenstein aktiviert und ich tue es zu meinen bedingungen oder gar nicht sie real hat die stärke meines arguments erkannt zweifellos glaube ich ja weniger sie real schwörst du am ufer zu bleiben habe ich eine wahl oder eigentlich schon aber wohin gehst du spazieren oder ist das auch nicht erlaubt weil ich mir das bein brechen könnte oh ja das ältere blut kann feurig sein es bringt nichts ziri zu sagen was sie tun soll im gegenteil ich spreche aus erfahren am ende macht sie doch was sie will hoffen wir es wie bitte nicht wichtig wir haben wenig zeit wenn du noch was erledigen musst dir tränke brauen oder was auch immer willst mach es jetzt später wirst du nicht mehr dazu kommen ich warte bei den boten und den soldaten auf dich ja endkampf der typ sollte sie lieber nicht reizen ja aber scheinbar war genau das beabsichtigt sie wird nämlich nicht an ort und stelle bleiben ist alles in ordnung ja ich wollte nur kurz mit dir reden bevor bevor es los geht kopf hoch die jagd ist geschwächt wir haben nein ich will nichts mehr vom kampf hören halt mich einfach nur fest und sagt etwas nettes gesättigt ja ja ich hatte nur angst dass der salat vielleicht schlecht sein könnte während der hier steht bei der thunfisch mit drin ist und deswegen war ich lieber vorsichtig so ich kann jetzt echt komplett romantisch sein und sage ich freue mich auf die zukunft also das erste ich könnte aber auch sagen lassen uns spaß haben wenn er versteht spaß haben ich weiß wohl nicht ob sie dann wirklich spaß haben es gibt hier in der nähe einen leuchtturm weißt du willst du etwa dass wir nein jedenfalls nicht jetzt gleich ich wollte nur sagen ich wollte das seit seit navi grad sagen das licht des leuchtturms erinnert mich an dich und dann geht es mir gut unglaublich du hast etwas romantisches gesagt du gerald von river ein moment der schwäche aber bitte nicht im kampf wenn der etwas zustößt mir noch nicht daran darfst du nicht denken und woran soll ich dann denken das war ein guter witz natürlich ich liebe dich weißt du willst du dass ich weine ziri würde mich das nie vergessen lassen nur zu ich habe meine lieblings szene in diesem spiel gefunden ich liebe dich auch ich brauche mein frisches wo ist mein frisches wie schön gerald hat eine freundin gerald hat der freund gerald ist verliebt wir kommen bestimmt zusammen die sind schon zusammen wir haben sie bereits zusammengeführt aber sowas tolles hat gerald noch nie gesagt doch nie ja die sind schon zusammen wir haben sie bereits zusammengeführt ich dachte ich könnte drei tränke verbessern naja ok dann aber meditation und inventar also die bomben brauche ich ja nicht ich 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 Yum, yum.